ARKI Hola que tal bitches! Was geht? Pokémon Let's Play Dienstag oder so ne? Ja so, halb! Ja ich hab hier ein wildes Arki rum sitzen! ARKI Und das gleich auch mal ein bisschen ausfassen! Ja hi! Wie geht's? Ja Arki ich muss dich jetzt trainieren! Ja! Uh yeah! Ich werde trainiert! Yay! Okay, oh wir kommen im Pokémon Center! Wir halten ja der Pokémon, macht die wieder fit! Hammer geil, dankeschön! Ja! Pfff! Das ist alles so blau! Ja das ist in Azuria City normal, weil Azur ist blau! Du Lopolder bist voll schwer! Ja ich weiß! Und ich hasse dich! Ich geh sterben! Warum beleidigst du mich? Was stell dich eigentlich ein? Deswegen ist Orania City auch orange! Ah! Ja! Wir gehen jetzt aber erstmal sexy Plot machen! Mhm! Mein Bruder latscht hier gleich rein! Oh yeah! Wie hab ich dir nochmal gesprochen? Hi Kiva! Du bist also immer noch unterwegs! Mit mir geht es bestens! Ich habe jene Menge neue starke Pokémon gefangen! Zeig mal was du gefangen hast Kiva! Nein! Möchte ich nicht! Ich geh jetzt! Na! Warum geht das nicht? Danach zieh dich in den Busch! Und dann... Ja! Und dann kopf ich dir dann genau! Was hab ich gesagt? Ah! Das wollt ihr alle gar nicht sehen! Das ist so eklig! Ich hab Aki gestern Two Girls World Cup gezeigt und dann hat sie fast gekotzt! Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen so, ne? Ja! Voll eklig und... Oh mein Gott, die Glamour ist... Chuuu! Boah, war das Tauboga ist echt fett irgendwie! Tauboga... Fick dich! Hör auf! Guck, das ist wegen Sandwebe, Alter! Ich hasse Sandwebe! Warum gibt's denn schon bei Taken überhaupt? Das ist voll nerf! W Nok! Ja! È夠! Toll, Aki du bist tot! Noooooo! Fick mich! noooooul! Ich hasse dich! Warum lässt du mich sterben? Weil ich dich hasse! Ihr werdet Kiva nie wiedersehen! Jo shoot! Ja ... ich mach jetzt mal weiter hierhin. So, damit man mich aufn muss! Danke schön! Ja, sicher, ich bin jetzt Höhner zu dir gekommen. Wirst du gar nicht. Aber nein. Ich friss dich, glaube ich. Ich werde mir nie wieder Aki als Gastkommentator in einen Part einladen. Nie wieder. Nie wieder. Nix, Mau. Nie wieder. Aki ist nämlich eigentlich eine Katze, du bist gar kein Mensch. Ja, ich bin eine Katze. Aber überall diese Sachen auf meinem Schreibtisch, ne? Ja, die ist voll unrundlich und voll dreckig und so. Warum? So, Tami mach mal Teckel. Weil mein Wecken ist so. Achso. Hey, in your face. Tami, mach sie tot! Fettsäug. Boah, Tami, Tami. Du bist der Überkiller-Shit. Ratzen, ratzen. Und wir setzen mal ein bisschen Beanie ein, dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Training. Training. Aber wir haben auch keine Kami, das ist schon doof. Ja, ich habe vergessen, was Kami sein will. Ich auch. Ah ja, genau. Ja, Kami will Vulpix sein, da muss ich mir noch einen Sander anfangen, das Burrito nennen. Und ein Traumato. Und warum einen Sander will das Burrito nennen? Weil das habe ich in meinem letzten Let's Play-Part gesagt. Guckst du den nicht? Doch, ich habe ihn geguckt. Ja, und deswegen will ich das dann Burrito nennen? Hab ich schon vergessen. Nein, wegen meinem alten Let's Play. Also ich habe ja auf YouTube bei RLB damals Pokémon Gelb angefangen. Aber wenn ich dann einen Sander angefangen habe, habe ich es dann Burrito genannt. Und dachte mir so, yeah, du nennst dein Pokémon Burrito. Und dann habe ich Burrito aber völlig falsch geschrieben. Und deswegen muss ich alle Sander anziehen. Ich finde Burrito nennen. Ja, okay. Klingt logisch, ne? Wir können aber Burrito bitte falsch schreiben. Ich habe Bo-ri-to geschrieben und es wird Burrito geschrieben mit U und zwei R. Und ich habe es halt mit O und einem R geschrieben. Oh, ja, das ist doof. Das ist bitter, ja. Ja, so ein bisschen. Bisschen? Sehr hart. Ja, so ein bisschen. Hart. Nein, was machst du denn da? Was machst du da? So gut, dass Beanie voll der Über-Killer-Shit ist und sich davon mixen. Also Penis. Aber es sieht immer, ich finde immer irgendwie Taubsi, ich sehe von der Seite aus wie so ein Hahn. Taubsi ist ein Hahn. Beanie ist eigentlich ein Hahn. Wow. Beanie ist gar kein Mädchen, Beanie ist ein Hahn. Ja, ich bin eine Katze und Kami ist... Ach, Beanie entwickelt sich! Wuh! Jetzt wird sie auch zu einer hässlichen, fetten Zaube. Ich wollte es gerade sagen. Vini, du bist fett. Aber ich hatte mal einen Taubus, das war Level 99. Das fand ich voll toll. Da hat mein Bruder es freigelassen. Fick dich! Bruder, Herz. Fick dich! Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon anzeigen lassen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweites Pokémon-Jag bekannt. Er hat das Pokémon-Lakarus-System für den PC entwickelt. Ja, und du nicht. Kannst du... Was? Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab dich auch lieb. So, wir gehen jetzt erstmal Aki aufheilen, weil Aki so unterirdisch schlicht ist. Ah! Ich glaub so nicht! Ich weiß! Geh sterben! Okay! Und spring in Schwester Joyce Arme, wenn du dich in die Maschine schmeißt und dann... ...du einen Elektroschock stirbst. In wessen Arme? Schwester Joyce. Ach so. Ja. Ich leg mich auf die Buruputibu Maschine. Kennst du Pokémon aber mit Tieren? Ja. Ja. Gut. Ich bin blind. Darf ich mein Gesicht auf die Maschine legen? Äh, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Darf ich dein Gesicht anfassen? Mein Gesicht wurde verblind auf das Pult gedruckt. Boah, das ist so gut. Äh, wir machen mal die Nugget-Brücke offscreen, weil ich hab keinen Bock für das jetzt alles zu zeigen. Ja, das ist voll boring. Bis gleich und so. Hab euch lieb. Hab lieb und so. Hä, Knopf! Okay, wir sind jetzt hier so voll fertig mit der Nugget-Brücke und jetzt machen wir den Rocket aber noch. Und yeah! Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle fünf Trainer besiegte! Yeah! Du hast einen großartigen Preis gewonnen! Yeah! Gib all den Nugget! Seit wann schenken wir im Rocket Nuggets? Ja, keine Ahnung. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Ja, Digga! Unsere Gruppierung benutzt Pokémon! Ach ne. Für teuflische Zwecke! Möchtest du beitreten? Natürlich! Wirklich nicht? Ja. Komm schon, werde Mitglied! Jo, Digga! Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden! Ich glaube, ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Ja, gut, ich kann nicht lesen. Kannst du nicht ablehnen! Blablablabla! Boah, boah! Wir betreten jetzt in deinen gezuckerten Rocket-Arsch. Ja. Genau das machen wir. Ach, Team Rocket ist hier immer so heiß und ich würde sie am liebsten gleich... ...flambieren. Um die Ecke schleifen und dann pam pam und was? Flambieren. Ja, ja. Wir machen mal Donnerwelle. Weil Donnerwelle auch so viel bringt. Ja, das paralysiert das Pokémon. Paralysiert. Ich kann nicht mal paralysiert aufspringen. Ich kann nicht mal paralysiert ausspringen. Paralysiert! Rettan! 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 Ich finde A-Bock total geil. A-Bock ist geil, aber Rettan ist hässlich. A-Bock bock mega. Ach, ach. Gott. Rettan. Oh mein Gott, ich hab dich extra paralysiert, damit du nicht angreifst, weißt du, du Homo-Sau. Und dann machst du's doch gut. Ich hasse dich. Rettan. Rettan. Ich hab dich schon alleine. Naja, weil ich voll Burn-Off bin und... Immer Kinderschütz. Pika! Pika! Guck mal, jetzt ist es fast geschafft. Ja, überhaupt nichts. Jetzt mach mal ein Burakon rein. Okay. Okay, wir müssen nur noch knapp zwei Minuten durchhalten, ohne dass jemand reinkommt. Ja. Wird das gut. Das lässt dich durchhalten. Glaub ich. Vielleicht. Ah, arg. Du bist gut. Nö. Wir haben 450 Korn. Ich würd auch gern mal jemanden besiegen. Bei deinem Korn Willard ist du im Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Ja klar. Die rechte Hand. Die rechte Hand. Hä? Die rechte Hand? Witzig. Ja, voll. Ähm. Da liegt der Pokeball. Nein. Du? Eum, 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 Eum. Wir machen diese Trainer auch mal auf Screen, weil es ist ziemlich gay das alles zu zeigen. Ja. Es ist voll. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Ende von diesem... Nein, wir sehen uns gleich hier wieder. Hier zwischen diesen beiden Bäumchen. Ich weiß, das bringt nichts, aber wir machen das. Wiederaufnahme. Oh, jetzt ist das Spiel ausgegangen. Alles klar. Ja, wir sind jetzt zurück und haben alles kaputt gemacht. Ja, und sie sind alle tot. Ja, und Johannes, es tut mir sehr leid, aber ich hab diesen Typen aus Versehen besiegt, jetzt kann ich mir kein Mew fangen. Bitte schlag mich nicht. Ja, aber ist ein Mew so süß. So süß. Und bitte schlag mich nicht in der Schule. Wir sehen uns zwar erst nach den Ferien wieder, aber bitte schlag mich nicht. Ja. Ja, und so. Da ist ein Thunder, mein ich. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Oh my god. Oh my god. Das sieht aus wie ein... Ein... Ein Nidoran, Nidorking. Ja. Ich bin ein raschechter Pokamaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment bis Glück. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, ja. Nein. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Ah ja. Zellteilungsprogramm? Ja. Mhm. Ich möchte auch sehr... Ich möchte auch... Der hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Weil die natürlich auch weiß wie das geht. Ja, ja. Wenn sie es da war. Ich weiß das. Du, 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 du bist der King. Oh, hallo Bill. Und er sieht aus wie genau die einen anderen... Humorsposten. Richtig. Yay. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Hm, bist du hier, um dir meine Pokémon-Sandor anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Bootsticket. Yay. Wie heißt das Boot? MS-Anne, ne? MS Aqua heißt das irgendwo anders. Ich glaube, da heißt das so in Kristall und so. Kann sein. Ich weiß nicht. Ähm. Mir nur an, jetzt sieht die Ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MS-Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Bestimmt nicht. Das sind auch Köche und Matrosen und... Ähm. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel drüber nicht. Hm. Hättest du Lust hinzugehen? Aber ich fand das doof, dass man mit dem Boot nie fahren konnte. Stimmt. Man konnte ja nur drauf und dann wenn man runtergegangen ist, ist sie weggefahren. Ja. Das war voll scheiße. Voll behindert. Ähm. Wir machen jetzt hier Part zu Ende. Part zu Ende. Ich bedanke mich bei Aki, dass sie dabei war. Ja, bitteschön. Ja, das mach ich nicht nochmal. Ich hasse dich gesperrt. Scheiße. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hab euch alle lieb. Abonniert GirlsGangames. Ja, das ist voll toll. Er hat das gesagt. Weiß ich nicht. Tschüss. Ach ja, Daumen hoch, Entschuldigung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.